Sei vorbereitet, Selbstverteidigung mit freien Waffen. Du willst mich verarschen, oder? Und das ist mit Sabrina Outdoor, oder was? Oh Gott. Dieses Jörg Sprawe Rabbit Hole ist aber auch ein ganz gefährliches, oder? Hat mir manches Ding geleistet, als wir noch zusammen waren. Und ein Zug in deinem Bahnhof, der sicher abgefahren. Ich möchte nur zuhören von mir wissen, ob das noch zu retten ist. Das ist doch safe, kein Jörg Sprawe Video. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Heute habe ich einen besonderen Gast, oder ich bin zu Gast, bei Jörg Sprawe. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich mal bei der Vanessa im Video auftreten darf. Freut mich, weil es heute um meine Expertise geht, nicht wahr? Ja, genau. Ja, wir haben verschiedene Videoprojekte geplant. Scheiße labern. Was ist denn deine Expertise, Jörg Sprawe? Naja, im Gartenstuhl sitzen und scheiße labern. Was ich heute für euch zeigen möchte, ist Jörgs Empfehlung, was Selbstverteidigung zu Hause und auch unterwegs angeht, welche Möglichkeiten... Hallo, mein Name ist Jörg Sprawe. Und macht euch keine Gedanken darum, ich sage hier nur, dass es sein könnte, dass eventuell kein Gas mehr da ist und dann die Plündereien beginnen. And now for the English people. Germany is close to the Untergang. We have a couple of weeks left until the German Reich will untergehen because of no gas anymore and the Leute will plündern and I show the poor fools without Telamine in the Backgarden that how to defend themselves with the Waffen from my Online-Shop. Ja, dankeschön für eure Aufmerksamkeit. ...weir haben und was besonders effektiv ist. Ja, gern. Klar. Wenn du also Lust hast, dann bleib doch dran. Ja, lieber Jörg, ganz zu Anfang erst mal, wann ist es überhaupt sinnvoll, sich selbst zu verteidigen? Tja, also das ist jetzt eine gute Frage. Wenn du mich als Laien fragen würdest, würde ich sagen, wenn du angegriffen wirst. Oh? Ich muss leider erst mal sagen, ziemlich selten. Das sind seltene Fälle. Was hat er gerade gesagt? Selbst zu verteidigen. Ich muss leider erst mal sagen, ziemlich selten. Leider? Hat er gesagt, ich muss leider erst mal sagen, ziemlich selten? Hat er leider gesagt? Ja, leider muss man sich nicht so häufig verteidigen. Das sind seltene Fälle. Denn es ist so, wenn ich mich in Deutschland selbst verteidige, ich habe ein Recht auf Notwehr und auf Nothilfe, also auch wenn jemand meine Familie angreift. Aber das muss angemessen sein und es muss im Prinzip ein unvermeidbarer, noch fortwährender Angriff sein. Was er damit meint, ist es Verhältnismäßigkeit. Wenn dich jemand Arschloch nennt, dann darfst du dich verhältnismäßig zur Wehr setzen. Also du darfst ihn auch ein Arschloch nennen. Du darfst ihn dann aber nicht mit deiner Gettling-Armbrust niederstrecken. In der Praxis bedeutet das, ich muss wirklich sicher sein, dass das der einzige Ausweg ist, den ich noch habe. Also wenn ich mich mit der Waffe verteidige und dann akzeptiere, dass ich jemanden möglicherweise verletze oder umbringe, dann muss das so sein, dass ich sage, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich selber dran oder meine Familie ist dran. Hat er schon wieder leider gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Hat er schon wieder leider gesagt? Hat er schon wieder leider gesagt? Vermeidbarer noch fortwährender Angriff sein. In der Praxis bedeutet das, ich muss wirklich sicher sein, dass das der einzige Ausweg ist, den ich noch habe. Also wenn ich mich mit der Waffe verteidige und dann akzeptiere, dass ich jemanden möglicherweise verletze oder umbringe, dann muss das so sein, dass ich sage, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich selber dran oder meine Familie ist dran. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, die Polizei zu rufen. Ich kann nicht flüchten. Ich habe keinen anderen Ausweg mehr. Nur dann kommt das in Frage. Das sind wirklich seltene Situationen. Aber wenn sie da mal eintreten, ist es natürlich gut, wenn man die Mittel dazu hat und auch weiß, wie man sich verhalten soll. Ja, und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man vorbereitet ist, dass man im Ernstfall, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wirklich sich selbst und auch seine Familie, sein Eigentum verteidigen kann. Genau. Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, in welchen Situationen es sinnvoll ist, dass man kurz einen Waffenschrank kaufen. Ich habe schon vier. Dass man sich selbst verteidigt oder auch notwendig ist, aber in Deutschland ist es nicht ganz so einfach. Mit welchen Mitteln kann ich mich hier in Deutschland verteidigen, was ist erlaubt und was nicht? Also zunächst mal rein rechtlich gesehen, in einer Notwehrsituation kannst du alles benutzen, was angemessen ist, womit du dich verteidigen kannst. Du sollst dabei immer das Harmloseste nehmen, was den Job erfüllen kann. Klar. Aber in der Realität bedeutet das, man kann eigentlich alles das, was als Waffe brauchbar ist, in einem solchen Fall auch als Waffe einsetzen. Jetzt muss man sich nur die Frage stellen, was hat man denn zur Verfügung, wenn man 90 Zentimeter Klappmachete die Gesetze einhalten will. Nicht besonders viel. Also zum Beispiel Schusswaffen. Also richtig erlaubnispflichtige Schusswaffen haben ganz viele Deutsche und es ist auch nicht unmöglich, so etwas zu bekommen. Du brauchst ja nur einen Schützenverein einzutreten oder einen Jagdschein zu machen oder so. Hier übrigens Jörg Sprawe gibt jetzt übrigens, falls PolitikerInnen zuschauen, gibt jetzt gerade eine Liste, was man alles verbieten sollte. Also hier genau, deutsche PolitikerInnen, bitte einmal genau zuhören. Folgend genannte Instanzen sind bitte augenblicklich zu verbieten. Es ist auch nicht unmöglich, so etwas zu bekommen. Du brauchst ja nur einen Schützenverein einzutreten oder einen Jagdschein zu machen oder so. Aber die stehen eigentlich für einen solchen Fall nicht zur Verfügung, weil man darf sie nicht mit sich rumtragen. Das Führen erfordert ja wieder einen Waffenschein, den kein Mensch bekommt. Oder auch zu Hause müssen sie halt verschlossen werden, in einen Waffenschrank, ungeladen und getrennt von der Munition. Und das bedeutet, dass du in dem Fall, in dem du merkst, es ist jetzt jemand im Haus und der will mich möglicherweise angreifen, hast du nicht mehr die Zeit, das Ding auch zu holen und zu laden etc. Das bleibt einem in der Regel nicht. Und per Zufall hat der gute Jörg auch alles zum Verteidigen in seinem Shop lagernd. Ja, naja, klar. Natürlich. Es geht eigentlich darum, dass man Waffen hat, die zugriffsbereit sind, mit denen man sich dann auch schnell helfen kann. So, meine lieben Zuschauer, gut Schuss, hier ist euer Jörg. Keine Sorge, es wird schon alles gut gehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, deswegen habe ich unten meinen Shop verlinkt. Und jetzt zu den Englischen Leuten, nächste Woche, Deutschland wird untergehen. Wir sind komplett verletzt. Es ist nichts, das mehr helfen kann. Es ist die schlimmste Situation, die das Deutschlandreich in der Geschichte des Deutschlandreich. Es gab nie eine Situation, in der es nicht sicher war, dass Scheiße über die Hölle geht. Also, bitte, bitte, wenn du in Deutschland reisen, nie, because it's gonna be a Warfield. Und da kommen nicht mehr besonders viele Waffen in Frage. Ich meine, klar, die Blankwaffen, da haben wir ja das Macheten-Video, was ihr euch unbedingt anschauen solltet. Aber ich meine immer, man braucht zu einer effektiven Heimverteidigung eine Distanzwaffe. Ja. Etwas, mit dem ich den Angreifer... Und da empfehle ich eine Harpune. ...toppen kann und möglicherweise eben auch unschädtig machen kann, auf eine Entfernung von so fünf bis sieben Metern, das, was man halt so realistisch in so einem Haus hat. Und da kommen natürlich in erster Linie die Pfeilwaffen, den fragen. Richtig. Vor allen Dingen natürlich moderne Bögen- und Armbrüste, die Repetier-Magazine haben, mit denen ich also nicht nach einem Schuss wehrlos bin, sondern wo ich dann noch Reserve habe. Und ich glaube, das ist das, was wir uns heute näher anschauen sollten. Die sind alle muskelgetrieben und haben eben den Vorteil... Jörg sollte mal Post von der Staatsanwaltschaft bekommen, er legt Gesetze falsch aus. Karma, Klaus on Stream, bist du Jurist? Fragezeichen. Wir sind hier im Internet, jeder darf hier sein, was er möchte. Das haben die Woken-Linken so entschieden. Also im Internet darf jeder sein, was er möchte. Damit ist der Klaus on Stream auch auf jeden Fall Jurist. Jeden Vorteil, dass sie aufgrund der Spitzenpfeile auch effektive Stoppwirkung haben, auch dann, wenn sie eben nicht mit ganz wahnsinnig hoher Energie geschossen werden. Er merkt also, das ist genau Jörgs Thema. Er kennt sich bestens aus und er zeigt uns heute wirklich auch Selbstverteidigungswaffen, die, wie ihr schon gesagt habt, vom Zeitfaktor ganz gering sind zum Bereitmachen, die legal sind und dessen Benutzung sich jeder beibringen kann. Also die auch wirklich schnell und sicher funktionieren. Genau. Das hier sieht sehr sicher aus. Das hier auch, die beiden sehen auch sehr sicher aus. So, wir haben jetzt hier einige unterschiedliche Waffentypen. Man muss dazu sagen, alle legal, alle erhältlich in Deutschland. Also nur mit der Einschränkung, dass man zum Beispiel für diese Variante hier 18 Jahre alt sein muss. Genau, für bestimmte Waffen muss man 18 Jahre alt sein. Oder leider muss man, für bestimmte Waffen muss man leider 18 Jahre alt sein. Diese Waffen, die frei ab 18 sind, die muss man auch unter Verschluss halten. Wobei hier eben jetzt kein Waffenschrank erforderlich ist, sondern das reicht auch, wenn ein abgeschlossener Kleiderschrank würde jetzt auch ausreichen. Also die sind nicht so einfach zugänglich wie die ganz freien Waffen, aber auch nicht so schwierig zugänglich wie jetzt eine scharfe Feuerwaffe. Ja. Genau. Okay. Ja, dann kann ich euch mal zeigen, was ich hier heute mal vorbereitet habe. Also hier anfangen tun wir mal mit den nicht-tödlichen Waffen. Ja. Dankeschön, dass du mit den nicht-tödlichen Waffen anfängst. Da haben wir natürlich erstmal in Deutschland die unglaublich beliebten Schreckschuss-Gaswaffen. Also offiziell heißen die Schreckschuss-Reizstoff- und Signalwaffen, weil man damit eben nicht nur hier Platzpatronen verschießen kann, sondern auch so Pfeffer-Patronen, die sind dann eigentlich nur gegen Tiere oder eben Reizgas. Das kann man also machen. Mit Tieren meint er übrigens, nee, da kommen das, das sage ich nicht. Das sollte man noch nicht mal im Scherz sagen. Diese Waffen kann man also frei erwerben in Deutschland ab 18 Jahren. Man darf sie allerdings nur mit dem kleinen Waffenschein auch mitnehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs bist, müsstest du dir vorher so einen kleinen Waffenschein besorgen. Das ist aber nicht sehr schwierig. In erster Linie darfst du keine Vorschlägen. Genau, ja. So, und dann haben wir also, die sind allerdings auch, müssen unter Verschluss gehalten sein, man muss 18 Jahre sein. Dann haben wir hier eine Waffe, die ich persönlich für den Zweck eigentlich ganz gut geeignet finde. Moment, ich fühle hier so, genau. Das ist nämlich die PIXON, in diesem Fall die JPX-6. Die hat vier Schuss. Das ist im Prinzip so eine Art, sagen wir mal, Switter aus Schusswaffe und Sprühgerät, weil die eigentlich Platzpatronen verwendet, um Reißgas zu versprühen. Auf diesen vier Läufen. Jedes Mal, wenn ich den Abzug ziehe, schießt halt ein anderer von diesen vier Läufen. Und wenn der alle ist, dann könnte ich im Prinzip auch ein Laufbündel komplett wechseln und ein anderes Laufbündel drauf machen. Ich finde aber vier Patronen, eine Situation, wo man sich mit vier Schuss nicht helfen kann, da helfen meistens fünf Schuss auch nicht mehr. Also von daher, aber das ist eine Waffe. Genau, für die Englisch-speaking Leute, nächste Woche, vor Schott will not help the Germans. Next week, wenn die Gas ist empty und all the electricity goes off, we have a huge blackout in all of Germany. No electricity for, I think, months. And everyone with a generator will be attacked by the plunderer and I won't defend myself with this little gun with the four shots because they won't help. Die ist eigentlich nur zur Tierabwehr bestimmt. Im Notfall darf man sie aber natürlich auch gegen einen menschlichen Angreifer verwenden. Natürlich. Hat den absoluten Vorteil, dass man eben sie nicht wegschließen muss. Und man kann sie auch mit sich führen, ohne einen kleinen Waffenschein. Okay. Dabei ist sie von der Effizienz her besser als die Gaspistole. Genau. Nachteil? Effizienz, weil man kein Führungszeugnis vorzeigen muss, um es bei sich zu tragen. Deswegen ist es effizienter. Ich kann so einfach ein krimineller Nazi sein und das Ding mit dir tragen. Gegen was für ein Tier braucht man das in Deutschland? Chihuahuas. Ja. Ja, dann kommen wir dann im Prinzip zu den tödlichen Waffen. Da haben wir im Prinzip vor allen Dingen die Armbrüste. Das ist jetzt hier nur mal ein Modell. Wir haben also auch noch weitere Modelle, die wir heute zeigen wollen, die eben unterschiedlich groß sind und unterschiedlich stark wirken. Klar. In der Regel kann man sagen, je größer die Armbrüste, umso härter schießt sie auch. Das sind aber alles Armbrüste, die speziell für die Selbstverteidigung und Heimverteidigung entwickelt worden sind. Der große Unterschied zu normalen Armbrüsten, sie haben nicht nur einen Schuss, sondern diese Armbrüste haben alle Magazine, in die ich dann entsprechende Munition einfüllen kann. diese Waffe hier zum Beispiel sechs Schuss. Und ich kann sie dann einfach durchrepetieren. Das heißt, ich kann viel schneller wieder schussbereit sein, was für eine Einverteidigung unheimlich wichtig ist. Und dann haben wir noch eigentlich die, wie ich meine, Königsklasse. Das sind halt diese Repetierbögen. Das ist eine Erfindung von mir, wenn man so will. Diese Repetierbögen haben halt auch ein Magazin für bis zu fünf Pfeile. Und der Vorteil ist, ich kann sie ausziehen, schießen und dann ruckzuck wieder schussbereit sein. Das heißt, ich habe hier Schussgeschwindigkeiten wie bei einer Pumpenflinte. Und das ist natürlich schon ein richtiger Vorteil. Nachteil natürlich, sie sind deutlich größer und deutlich schwerer. Mit normalen Bögen kann man das nicht vergleichen, weil man, um Heimwinn zu treffen, überhaupt keine Erfahrung braucht. Ich möchte kurz etwas hier, dieser Mann wird als absoluter Experte für die Selbstverteidigung vorgestellt. Und zur Selbstverteidigung präsentiert er jetzt einen riesigen Repetierbogen. In was um Odins Willen? Wie muss denn eine Situation aussehen, wo man einen riesigen Repetierbogen dabei hat, um sich dann selbst zu verteidigen? Ich glaube ab, eben. Ja. Beim Einkaufen zum Beispiel. Der Vollidiot kann das innerhalb von einem Nachmittag lernen. Also das, damit will ich nicht sagen, dass du ein Vollidiot bist. Ja, ihr merkt, das ist sehr interessant. Und natürlich gibt es heute nicht nur trockene Theorie, sondern wir werden diese Waffen auch im Praxistest euch zeigen. Genau. Na, Vorsicht. Ja, und hier habe ich etwas, das ist eigentlich die, sagen wir mal, schwierigste Art, sich über Wasser zu verteidigen, weil das eigentlich in der Harpunenpistole ist. Das sieht jetzt auch schon so ein bisschen verwarzt aus, weil ich die schon zigmal unter Wasser mit hatte. Ich mache ja auch mal Tauchgänge. Jörg Sprawe hat immer eine Harpune unter Wasser dabei, falls die Plünderer auch unter Wasser attackieren. Wenn er schwimmen geht, wenn er im Freibad ist, hat er stets eine Harpune dabei. Herr Sprawe, was hängt denn da neben Ihrem angenähten Seepferdchen-Abzeichen? Das ist meine Harpune. In der Badewanne. Jörg Sprawe duscht nur mit Harpune. Sicher ist sicher. Und das ist eigentlich eine Pistole, die entweder zur Haiabwehr gedacht ist oder die dazu bestimmt ist, unter Wasser zu jagen. Da, wo das dann auch... Du weißt nie, wann du in Hessen mal von einem Hai angegriffen wirst. Das kannst du einfach nie wissen. Mir fallen direkt mehrere Situationen ein, wo man von einem Hai angegriffen werden kann in Hessen. Stell dir vor, du bist in SeaWorld und guckst dir gerade so eine Show an. Und dann hast du dir halt schon wieder, wie man es halt so macht als Deutscher, sieben, acht, halbe reingesteuert, bei 35 Grad. Und das drückt dann auch und dann sitzt du da, schaust dir die Hai-Show an und dann denkst du dir, oh Gott, schon wieder leer. Das Pilz, müssen wir mal ausstehen und neues holen. Und dann kommt der Mann mit dem Baseballschläger und weißt du, wenn du besoffen bist und dann aufstehst und dann schaukelst du dann nach vorne, plumpst bist du im Haibecken und wenn du dann keine Harpune dabei hast, dann bist du gefickt. Deswegen sage ich, Vorsicht ist besser, als Nachsicht, ich habe auch stets meine Harpune dabei. Immer. Dazu gibt es dann aber andere Pfeile, die haben da so Fischhaken noch und die werden dann auch mit einer Schnur hier an der Höse befestigt. Weil unter Wasserjagd ist ja immer nur ganz kurze Distanz. Aber das ganze Ding wird also mit solchen Kartuschen hier geladen. Wenn Jörg Sprawe an der Ostsee schwimmen geht, hat er auch immer so eine Haiflosser auf dem Rücken, dass die Leute auch sehen wenn er Jörg Sprawe war. Jörg Sprawe nicht mehr. Das ist im Prinzip so Pfeile und die sind hier auf diese Luftdruckkartuschen aufgesetzt. Das hier steht unter enormem Druck. 350 Bar sind da drauf. Naja, in Polen gibt es ja derzeit diesen See, wo behauptet wird, dass so ein polnisches Chemieunternehmen das komplette Ökosystem da zerbombt hat, weil die irgendwelche Abfälle da reingeleitet haben. In Wirklichkeit hat Jörg Sprawe da Urlaub gemacht und war dort schwimmen. Er hat alles mit der Harpune leer geschossen. Also 100 Mal so viel wie auf einem LKW reift. Musst du dir vorstellen. Und diese Pfeile werden dann Könntest du bitte zwischendurch mal klarstellen, dass die Frau gar nicht Sabrina Outdoor ist? Das interessiert mich doch nicht. Was bist du denn für einer? Bist du Sabrina Outdoor-Fanboy oder was? Wenn ja, schreibt der mal bei Instagram, die soll das mit dem Y-Foods einlassen. Gezündet ganz normal. Also man kann die laden wie so Showpatron und dann mit dem Double Action Abzug abschießen. Die sind unter Wasser schon gefährlich, aber über Wasser sind sie absolut mördertödlich. So wie jeder andere Harpune auch. Da gibt es natürlich verschiedene Modelle von den Harpunen. Das ist hart eine zweischüssige. Es gibt auch viele andere Modelle, die sind im Prinzip als Selbstverteidigungsobjekt nicht geeignet, weil die über Wasser viel härter arbeiten als unter Wasser. Genau. Deswegen sind die so ein bisschen so ein Geheimtipp von Leuten, die sich verteidigen. Ja, auch hier Dog Whistle, Leute, die sich verteidigen, Nazis. Da besorgen sich viele Leute solche Harpunen, weil die eben vollkommen frei verfügbar sind und man sie auch nicht wegschließen muss. Da bin ich sehr gespannt auf den Praxistest, denn das habe ich über Wasser noch nie... Du bist auch immer eine Harpune, falls du mal in die irischen Reißsenden Gebirgsberche fällst und dich die irischen Monster alle angreifen. Naja, im Gegensatz zu Jörg Sprawe und Hessen gibt es ja hier tatsächlich Haie. Also ich habe immer meine Repetier-Harpune dabei mit einem 60er-Magazin. Aus der kurzen Distanz erst recht immer nur im Fernsehen, also real noch nie. Schauen wir mal, was das kleine Teil hier wirklich kann. Ja, genau. Ja, gut. Äh, äh, Vanessa. Dann stelle ich doch mal jetzt 5 Meter entferne. Geh doch mal auf 5 Meter Entfernung und dann greif mich an. Versuch's doch mal. Okay. Dieser armer Kürbis ist unsere Zielscheibe. Merkt euch also gut, wie er jetzt davor ausgesehen hat, denn danach wird er definitiv nicht mehr das gleiche Aussehen haben. Also zuerst, wenn wir jetzt hier mit der Stinger 2 schießen, 6 Schuss im Magazin, die hat dann, die wird gespannt, indem man die den Hinterschaft einfach runterklappt. Werde ich euch gleich noch zeigen. Jetzt gibt es für die verschiedene Munitionen. Also wir haben erstmal die ganz normale Trainingsmunition. Ach, hier ist es, genau. Wir haben also einmal die ganz normale Trainingsmunition. Die hat halt eine scharfe Spitze, aber die ist jetzt eigentlich nur für Übungszwecke. Dann gibt es diese hier, das sind im Prinzip sogenannte Botkins. Weil man sieht schon, die haben so scharfe Kanten, die nimmt man, wenn man irgendwas besonders Hartes durchdringen muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Menschen-Schädel zum Beispiel durch die Lederjacke oder so schießen will, dann sieht man... Genau, durch die Lederjacke. Wenn du jemanden durch die Lederjacke schießen willst. Die ganz gut geeignet. Und das sind echte... Oder platzt der Kopf. Wenn du da triffst, platzt der einfach direkt so Sprengkopf drin. Alles frei erhältlich in Deutschland, aber platzt der Kopf. Jagdspitzen, das sind eigentlich die gefährlichsten. Weil die sind Rasiermesser scharf. Die sind so scharf, dass ich also mich daran einfach nur, wenn ich mich das schon berühre, dann piekt das schon. Und da die so scharfe Schneiden haben, sind das die, die man eben nimmt, wenn man etwas sehr schnell und sicher töten will. Oh Gott. Alter Jörg. Also wenn man das jemandem in die Brust schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, nicht hoch. Und deswegen sind diese Pfeile eben für die Heim- und Selbstverteidigung auch die, die man empfehlen muss. Ach du Scheiße. Oh Mann ey. Das ist ja ein Rabbit Hole hier in dieser Jörg Sprawe. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, geladen wird das ganz einfach, indem ich hier das hochklappe und die dann einfach reinmache. Es gibt auch Speedloader dafür, dass ich sechs Pfeile auf einmal laden kann. Aber das brauchen wir jetzt heute nicht. Als zwölf Leute angreifen, war klar. Man kennt's. Okay. Ich tue die anderen Pfeile mal weg. Wir werden also jetzt die Waffe spannen und dann zwei Schüsse durch den Kürbis machen. Ja, das ist ja auch übrigens auch immer sehr kompatibel mit der Aussage, die er vorhin getätigt hat, dass man ja immer sich verhältnismäßig verteidigen muss. Deswegen empfehle ich hier diese Rasiermesser scharfen, ähm, diese Rasiermesser scharfen Jagdpfeile. Ähm, der überlebt das nicht. Wenn er damit in der Brust geteilt ist, der überlebt das nicht. Die empfehle ich bei der Verhältnismäßigkeit immer am allerliebsten. Jemanden effizient, kampfunfähig machen ist immer noch am besten, wenn er tot ist. Wenn er nicht mehr atmet. Jörg Sprawe sieht sich einfach als World War 3 Legolas. Ja, ich glaube, Jörg Sprawe hat privat ganz andere Waffen, die er benutzt, wenn du versuchst, in seinen Hintergarten zu kommen. Oh, wie kommt er noch Fortnite? Heute kommt noch Fortnite, ja. Hier guckt, oder? Ähm, wollen wir das mal an hier. Guck mal, wann er sagt, den Kürbis durchgeschossen. Ja, wie man sieht, der eine Pfeil ist komplett durchgeschlagen und ist dann bei mir im Fischteich gelandet und der andere schaut hier noch aus, wie man sieht, blutet das richtig. Ach so, das ist ja schon auch ein massiver Kürbis. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn das jetzt hier ein Angreifer wäre. Der hätte im Prinzip schwerste innere Verletzung. Schön. Hast du schon mal geschossen mit so einem Ding? Nö. Ja, dann baller mal los. Baller mal los hier. Los. Perfekt. 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 Zack. Kursa. Kursa. Echt? War gut. Ich weiß nicht, ich habe schon nicht erfrieren. Willst du noch mal oder willst du oder war es das? Okay. Sieht auch wirklich in der Handhabung sehr ungefährlich. Witz, das ist gut. Klasse. Okay. Prima. Ja, das macht der Volleyfelle sehr viel Spaß. Ja, und wie du siehst. Aha. Ja, da könnte ich gefallen dran verdienen. Du siehst, von der Wirkung her ist das absolut ausreichend. Ja, klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Stufe höher. Oh, die sagt verteidigt. Wollte ich mal sagen, gehen wir eine Stufe höher, trag das Ding rein. Was Power betrifft, das ist die Edda. Das ist wahrscheinlich im Moment die weltweit meistverkaufte Armbrust überhaupt. Ja, Armbrustzeugnis. denn sie hat sieben Schuss im Magazin hier. Gegen wen verteidigen Sie sich? Gegen Merkel. Gegen Merkel, das habe ich echt gecatcht, ey. Ist natürlich von der Leistung her nochmal deutlich, deutlich höher als die als die Singer. Das sind Giftpfeile, die grünen. Aber natürlich auch schwerer zu spannen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich etwas für kräftigere Personen. Also deshalb, also die meisten unserer Kunden für diese Waffe sind Männer. Vanessa Blank, frei und wild, Naturleben und Bushcraft. Ah ja. Bushcraft. auch hier gibt es diese Jagdpfeile, nur wie man sieht, ist alles nur Nummer groß. Geil. Und die Leistung kriegst du auch einen Kopf zum Platz. Oh, die. Von dieser Waffe ist dementsprechend doch viel, viel. Später Kontakt und Explosionspfeile auch. Ja, ja, klar. Na, ja, klar. Und hiermit kannst du dann auch, also hier mit diesen Pfeilen kannst du auch Autos. Sauerautos zum Platzen bringen. Soll kannst du auch auf die Autos schießen, wenn die die angreifen. Sag jetzt nur mal fünf von diesen Jagdpfeilen hier rein. Nächste Stufe ist dann die fahrbare Armbrust der Freiheit für zwei Personen. Galigru. Selbstverteidigung, natürlich. Natürlich eigentlich auch die mit sieben Schuss voll machen könnte. Ja, und wenn ich diese Waffe jetzt spannen will, dann bringe ich einfach den Hebel nach vorne und dann kann ich den, also für mich, mühelos wieder nach hinten zum Spannen bringen. Und jetzt ist die Waffe im Grunde genommen schussbereit. Das heißt also, ich kann sie jetzt ohne weiteres auch aus der Hüfte in Anschlag nehmen und dann drehen. Das ist so ein fucking Freak ey. Das ist so ein Freak ey. Und natürlich schlägt die durch diesen Kürbis durch. Das ist für diese Waffe überhaupt kein lehnswertes Hindernis. Ein anderes Kaliber. Ja, okay. Versuch's mal. Genau. Doch lacht Karl. Aber wenn dann mal die autonomen Autos bei ihm, bei ihm plündern und der ohne Armbrust dasteht, lacht er nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja. Siehst du, das sind immer die Linken. Die haben immer so lange eine große Fresse, bis die Plünderer bei ihnen vor der Haustür stehen. und sagen, ah, hast du keine Armbrust? Kannst du diesen Hebel zurückziehen. Jetzt bringst du das ganz nach vorne. Ja, genau. Und jetzt versuchst du das hier möglichst hinten anzufassen. Ganz hinten anzufassen. Aber nicht mit dem Daumen, weil hier rastet es ja dann ein. Und dann kräftig nach hinten bringen. Oh ja. Das ist aussichtslos. Komm mal her, Mäuschen. Zeig dir mal der Papa, wie man so eine Armbrust ausspannend. Aber das ist für mich natürlich, also auch für mich habe ich kein Problem, weil ich Muskeln habe. Nicht so wie du. Hä, Mäuschen? Ich habe da null Mühe mit. Null Mühe. Mach das hier einfach locker. Isst du das? Hahaha. So, ich ziehe dir die Waffe mal einmal. Oh, nee. Jetzt ist ja so gesichert. Wollen wir dann mal einen Abstand nehmen? Also du kannst entweder aus der Hüfte schießen, wenn du willst. Schieß mal aus der Hüfte, Mäuschen. Oder du kannst natürlich auch zielen. Hier haben wir eben auch so ein Rotpunkt-Visier. Der freut sich doch, wenn jemand mal bei ihm einbricht. Meter zurück. Bruder, ihr denkt, dass der Fachkräftemangel in der Pflege massiv ist. Man sagt ja, dass wir so in den nächsten, was weiß ich, paar Jährchen 125.000 neue Pflegekräfte benötigen. Ihr habt noch nichts von dem Personalmangel gehört, der wirklich, also der wirklich schlimm ist. Der schlimmste Personalmangel sind Postboten im Landkreis von Jörg Sprawe. Der hat alleine im letzten Quartal hat der sieben Stück zu Fall gebracht. Weil er, ne, das ist der einzige Landkreis, wo selbst die Hermes-Boten mit einem riesigen Schild vorher, Hermes, die kommen dann nicht in zivil aufs Grundstück um die Pakete. Eine riesige weiße Fahne. Amazon-Drohnen-Zustellung auch nur durch ihn gescheitert. Naja, das Ding ist ja, der hat ja, der hat ja, also Jörg Sprawe hat selbst eigenhändig über 25.000 Drohnen von Amazon aus dem Himmel geholt. Ritus Twitter einfach. Oh Gott, was hat der jetzt schon wieder gemacht? Was ist denn los mit dir, ey? Was sind denn das für Videos? Hier mit der linken Hand denkt man den Finger noch gerade lassen. Schau erstmal durch, dass du den roten Punkt siehst. Siehst du den? Ja. Wenn du jetzt so weit bist, dass du schießen willst, dann schiebst du diese Sicherung nach vorne und dann kannst du schießen. Oh, die. Und deine Kamera? Ja. Dann bin ich auch ein Bild hier. Ja, sieht so aus. Okay. Bang. Bang. Aber Vanessa, was denkst du denn, wie viele du gewinnen müsstest, damit ihr das... Das Wort, wo Leute in der PostbotInnen-Ausbildung schon gesagt bekommen, dass man das fürchten muss. Das am meisten, das am häufigsten zuletzt gehörte Wort von PostbotInnen in Deutschland ist Bäm. Streamable. Oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? So. I hope you like this, because that's it for today. Thanks and bye bye. So. I hope you like this. Selbstverteidigung. Das ist da Selbstverteidigung. Ja? Keine Ahnung. Monate. Du müsstest also richtig Krafttraining machen. Du müsstest richtig Krafttraining machen, Mäuschen. Also, hast du gesehen, da trennt dich noch so viel davon, bis du das spannen kannst. Ja. Dass das eigentlich, wäre das, also nur eine Option, wenn du das wirklich, jetzt wirklich, wirklich, wirklich wollen würdest, wirst du es natürlich hinkriegen, ist klar. Ja. Aber du bist ja jetzt sowieso aufgrund des geringen Körpergewichtes, hast du natürlich auch eine geringe Muskelmasse. Ja. Es ist auch die Frage, ob du sowas willst. Denn du siehst ja da nicht mehr wieder so aus wie vorher. Ja. Das ist so. Okay. Boom. Ja. Also, ich habe schon gesehen, beide Pfeiler. Der eine hat nur ein bisschen Druck gehabt und der andere hat gar kein Druck mehr gehabt. Muss ich dann mal eben nachpumpen gehen. Aber du hast doch gut getroffen. Second Trial. Zweiter Versuch. Oh, die... Also nur, dass wir das richtig verstehen. Ihr wollt mir jetzt also, ihr wollt mir jetzt also erzählen, wahrscheinlich hat Jörg Sprawe gerade gesehen, dass ich das Video gucke und hat auf die Starlink-Satelliten geschossen. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier... So, I hope you like this, because that's it for today. Thanks and bye-bye. Alter. Da muss man wahrscheinlich ja dann gerade versuchen, die Starlink-Satelliten runterzuholen. Ähm. Ihr wollt mir also erzählen, dass dieses Harpun-Ding einfach frei verkäuflich in Deutschland zu erhalten ist, ja? Also das kann ich einfach frei kaufen und... Ja, gut. Das ist definitiv hier some major impact. Ja, wie man hier erkennen kann, also der hier ist komplett durchgeschlagen und den hier hast du ein bisschen tiefer erwischt. Das heißt, der ist hier von dem Brett aufgehalten worden, sonst wäre der natürlich auch durchgeschlagen. Weil man sieht schon, was für ein Durchmesser die Löcher hier haben und was für Energie hinter diesen Pfeilen steckt. Also das ist absolut tödlich. Man muss nicht mal 18 sein, glaube ich, weil das ist ein Wassersportgerät. Sehr mit aufpassen, weil das wirklich eine tödliche Schusswaffe ist. Weil wenn man die Pfeile wiederfindet, kann man sie trotzdem auch wiederverwenden. Also jetzt haben wir hier den Fenris-Bogen. Und zwar hat der den Vorteil, dass ich ihn in der Stärke beliebig einstellen kann. Ich habe den jetzt für Vanessa, weil sie ja eine völlig ungeübte Bogenschützin ist, sozusagen... Das hat bestimmt nur ein Verkäufer das Gesetz falsch ausgelegt. Eigentlich darf man das gar nicht verkaufen. So schwach eingestellt, wie es überhaupt... Danke für deine professionelle Einschätzung, Herr Jurist. ...geht. Das ist natürlich für mich jetzt überhaupt keine Herausforderung mehr. Ich kann den mit einem Finger bewegen. Das ist also überhaupt kein Ding. Aber... Ist auch stark. Er ist ein starker Mann auch. Da hinten hat er einen Sack Kartoffeln, den wird er gleich einhändig hochreißen. Einfach nur mit Schulterkraft. Vanessa wird immer noch hart genug sein. Vanessa wird da Probleme haben. Die muss erst mal ein paar Monate essen. Laden mit fünf Pfeilen. Auch der Auszug ist jetzt auch sehr kurz gestellt. Ich selber würde jetzt einen viel längeren Auszug bevorzugen. Aber das ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie man gebaut ist. Je länger die Arme, umso länger der Auszug. Ganz abgesehen davon, der kurze Auszug hat für die Selbstverteidigung den Vorteil, dass man schneller repetieren kann. Weil man nicht so eine lange Strecke überwinden muss. Zielt wird mit diesem Bogen eigentlich mit dem Laser. Das heißt also, man hat hier einen Ziellaser. Damit kann ich also im Prinzip das Visier, also ganz leicht das Ziel anvisieren. Aber auf kurze Entfernung kann ich auch einfach einen Deutschschuss machen, sozusagen aus der Hüfte schießen. Diese Waffe hat eine höhere Schusskadenz als jede andere und ist damit, finde ich, für die Heimverteidigung wirklich hervorragend geeignet. Richtig. So, very easy. Pull, fire. Also wirklich ganz leicht ausziehen, feuern. Also der erste... Thank you. Dankeschön. Der Schuss ist schnell gemacht. Zack, aber ich kann natürlich... Das Video ist leider Futter für viele rechte Spinner, die noch nicht mal wussten, dass es so viele freie Waffen gibt. Ach, wirklich? Wirklich? Du willst mir sagen, dass... Nazis auch Waffen geil finden? Nee. Aber das glaube ich nicht. Zehen bis zum Anschlag. Oh, den. Und dann mit dem Daumen abziehen. Okay. Sechsmal den Körper durch löchern, verhältnismäßige Selbstverteidigung. Ja. Darf ich nicht vergessen, der hat meine Mutter beleidigt. Und halt den Hochkant, wie in meinem Boden hält. Noch immer zu schwer? So, jetzt hast du es. Das sieht auf jeden Fall nach einer sicheren Selbstverteidigung aus. Nach oben, genau. Nimm das, du Klimaaktivist! Jetzt einfach mal nach vorne schieben. Ganz nach vorne. Jetzt machst du das ganz so normal. Gute Nacht, Merkel! Ist das nicht scheiß einfach? Passt du. Kannst dir jetzt irgendwie vorstellen, wie viel du üben müsstest, damit du das mit einem normalen Bogen machen würdest? Ja. Ja, das macht Spaß. Also klar, du tust dich jetzt noch ein bisschen schwer, aber das könntest du wirklich innerhalb von ein paar Tagen würdest du das genügend hinkriegen, dass du das schnell hinkriegst. Ja. Das ist halt was anderes. Das ist einfach viel einfacher. Dann ist er ja wirklich. Willst du das nochmal dokumentieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jörg Sprawe auch vom Verfassungsschluss bezahlt wird. Ich würde dir ansonsten jetzt vorschlagen, dass ich mal mit meinem Bogen darauf schieße und der hat die volle Power-Anstellung und dass ich mal daneben sehe, dass der Viech tiefer reingeht. Ja. Gerne, machen wir es mal. Ja? Machen wir es mal. Ich hol mal meinen Bogen jetzt. So. Soll ich doch von hier die Ansage machen? Das ist der Jörg Sprawe Pump Action 3500. Der durchlöchert auch Panzerschilder von der Polizei. Ja, lass die Pfeile ruhig mal drinnen, genau. Dann sieht man den Unterschied schön. Genau. Genau. Jetzt haben wir hier meinen ganz persönlichen Fenris-Bogen und wie man sieht, der ist im Prinzip ganz ähnlich zu dem, den ich der Vanessa gegeben habe. Aber der Unterschied ist, der hier ist erstmal auf meine viel längere Auszugslänge. Ich habe halt Gorilla-Arme eingerichtet und er ist außerdem, was die Leistung betrifft, voll zugedreht. Das heißt, er hat viel, viel, viel mehr Leistung, was überhaupt nicht bedeutet, dass die Pfeile, die Vanessa abgeschossen hätte, jetzt nicht tödlich gewesen wären. Nee, nee, nee. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Damit hättest du den auch getötet. In der Jagdspitze wäre das auch tödlich gewesen. Das hier hat natürlich viel mehr Power. Damit kann man im Prinzip Großwild jagen. Und dann schauen wir mal, wie die sich dann im Ziel vergleichen miteinander. Also an der Eindringtiefe kann man hier natürlich genau erkennen, das waren meine Pfeile und das waren die von Vanessa. Da ist natürlich ein ziemlicher Unterschied, klar. Absolut. Aber das ist trotzdem tödlich, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht die Trainingsspitzen nimmt, sondern so eine Jagdspitze wie die hier nimmt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja, da sind wir wieder bei den fliegenden Dolchen. Ja, und jetzt haben wir den Piekson. Der ist ja nicht tödlich, klar. Aber auch da besteht die Kunst natürlich, dahin zu treffen. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal 5 Meter Abstand. Und Vanessa muss es schaffen, meinen altgedienten, schon oft perforierten Zombie-Kopf von den Zombie-Gurken-Boom-Leuten im Prinzip im Gesicht zu treffen. Da, wo dieser Pfefferstrahl auch wirken würde. Denn das ist das Problem. Dann trifft man den Gegner nicht ins Gesicht. Dann ist es, dann verpufft das. Also, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann bin ich mal... Ich bin kein Fan von nicht-tödlichen Waffen in der Selbstverteidigung. Man wie Vanessa, sie schlägt. Auseinander durch. Bang, 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 bang. Okay. Das ist vom Pfeffertum einfach aufs Steak heute Abend. So, pass auf. Danke. Ich gehe jetzt mal zur Kamera runter. Läuft deine Kamera hier unten schon? Ja. Okay. Okay. Na dann. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Also eindeutig getroffen. Nicht mit jedem Schuss. Wenn der Kopf nicht platzt, holt's mich nicht ab, hör. Okay, Dent. Hallo. Oh, die... Hallo. Aber da kannst du auch mal sehen, dass die Dinger nicht ungefährlich sind. Wenn du die in geschlossenen Räumen, da bist du selber auch ausgenommen. Ja, ich sehe schon deinen Besuch. Hier wird der in der Innere bleiben. Ich habe nur geschossen, wohlgemerkt. Ich wurde nicht getroffen, aber... Also erstmal, man sieht hier wäre es. Erstmal, das Ding funktioniert. Das war ein Pfeffer. Und dann sieht man, man ist auch echt. Aber man sieht auch, wenn man sowas in geschlossenen Räumen macht, da ist man selber auch kampfunfähig. Also das ist einer der echt großen Nachteile von dem Ding. Also ich merke es auch im Hals und so. Aber wir sind jetzt draußen in einer frischen Luft. Also in einem geschlossenen Raum. Sorry. Das ist ganz wichtig, dass du das Gesicht auf triffst. Ansonsten bringt das gar nichts. Das ist echt heftig. Wenn ich mir überlege, dem hätte es jetzt die Augen rausgebrannt. Ich glaube es auch. Ja, aber er wäre nicht tot. Blind, aber nicht tot. Ich bin immer noch am Heulen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich was davon ans Auge. Ich empfehle ja den One-Two-Punch in der Selbstverteidigung. Zuerst zwei Ladungen Pfeffer in die Augen, um ihn zu erblinden. Und wenn er es nicht kommen sieht, dann schön mit dem Repetierbogen. Also das ist sicher nicht tödlich, aber ich glaube, dass das als Verteilungsmittel schon sehr... Was hat er gerade gesagt? Ich habe was davon ans Auge bekommen. Also das ist sicher nicht tödlich, aber ich glaube, dass das als Verteilungsmittel schon sehr, sehr effektiv ist. So bist du ausgenockt, definitiv. Und ich habe jetzt Hunger aufs Steak mit Pfeffer. Wolltest du die englische Version gleich hinterher machen? Ja. Ja, Vanessa, die haben uns wieder erholt von dem fürchterlichen Tränengas. Also das finde ich einen echten Nachteil der Waffe. Ja. Aber insgesamt ist das natürlich schon der Hammer. Also ich habe das unterstützt. Ich finde, jeder, der so ein Ding hat, sollte damit auch mal mit dem Pfeffer schießen, nicht nur mit der Trainingsmunition, weil der einen das doch sehr beeinträchtigt. Ja, genau. Es gibt eben für den JPX auch Trainingsmunition ohne Pfeffer, dass man eben auch das Zielen und Abdrücken mal übt. Jörg Sprawe bringt nächste Woche die Salzsäuren-Version raus. Schlimp-Marete macht den Rest. Relativ großen Abzugswiderstand. Das muss man erst mal drücken können. Also ich zumindest tue mir da etwas schwer damit. Aber dass es aus der Distanz immer noch so preisend ist, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also verstanden ja dann danach daneben. Dann hat es der Jörg auch noch abbekommen. Er hat gesagt, es ist sicherlich dötlich, aber zur Verteidigung angeboten. Ja. Das habe ich auch verstanden. Ja, angenehm ist was anderes. Wir haben jetzt gerade eben gemeinsam erstmal eine Viertelstunde rumgenießt und rumgeschnieften. Ja, gut. Aber natürlich trotzdem ist das effektiv. Man hat halt vier Schuss. Ja. Hier hat man nur zwei Schuss. Man vergiftet sich nicht selbst. Es ist natürlich auch deutlich schmaler. Wir haben ja gesehen, die Pfeilwaffen sind für dich im Grunde genommen nichts Wirkliches. Ja. Der Fenrisbogen, ich glaube, der wäre für dich echt toll, wenn du das zu Hause als Selbstverteidigungswaffe nehmen wolltest. Der ist genial, ja. Also es macht auch richtig Spaß, damit zu schießen, mal vom Verteidigungsaspekt ganz abgesehen. Ja, aber ich brauche halt irgendwas, was ich auch in den Rucksack packen kann oder ins Auto mit rein oder in die Jackentasche. Und da kommt halt eben nur die beiden hier in Betracht. Ich würde dir auch zwei Stücke von empfehlen. Ja, die Harpune ist echt gut. An sowas habe ich davor noch nie gedacht, dass man das ja über Wasser auch benutzen könnte. Ich habe ja nie daran gedacht. Aber gefällt mir wirklich gut. Ja, und hier beim Picson sollte man halt bedenken, dass man selbst auch außer Gefecht gesetzt wird. Der Wind braucht irgendwie günstig stehen. Ich weiß nicht, was jetzt aktuell der Fall war, ob das normal ist, dass man eben auch was von diesem Klappverhand bekommt. Aber so im Zelt, dich damit zu verteidigen, das ist Selbstmord. Ja, oder auch im Haus, in geschlossenen Räumen. Das geht gar nicht, weil... Nicht tödliche Waffe. Man bekommt einen unglaublichen Hustenreiz und ich hatte es auch irgendwo am Ärmel, habe mir dann über die Augen gewischt und hatte das dann auf den Augen drauf. Und das brennt wirklich wie die Hölle. Und es hat auch erst mal nichts geholfen. Also mit Wasser, mit einem nassen Handtuch habe ich es mir dann abgewischt, dann ging es. Also derjenige, der das ins Gesicht bekommt, der ist wirklich komplett außer Gefecht gesetzt. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch durchaus Kritik. Was ich außerdem blöd finde, ist das auch schon... Meine Kritik wäre jetzt zum Beispiel, dass es nicht tödlich ist. Aber das ist meine Kritik. Das übelst du? Dass er danach blind ist, ist schon ganz nice, aber er ist halt nicht tot. Also ich finde es schon nicht so nice. Also blind schon in Ordnung, aber wenn ich mich schon verteidige, dann wenigstens auch tödlich. Selbst die Übus-Munition ist richtig teuer und ist das komplett einweg. Also wenn die vier Schüsse weg sind, ist das für die Tonne. Kann man nicht mit neu laden. Während hier, das kann man natürlich mit der Pumpe einfach wieder neu befüllen. Das sind so gut wie keine Verbrauchsmaterialien. Und letztendlich, wenn man sich selbst verteidigen will mit Waffen, muss man üben. Man kann nicht erwarten, dass man sich sowas kauft und dann ist das Thema gegessen. Also ich muss das üben, solange ich es gut beherrsche und dann muss ich es auch immer wieder neu machen, damit ich im Training bleibe. Das ist ganz wichtig, denn sonst ist man einfach nicht vorbereitet. Ja, und das gibt dann auch, wenn die Situation wirklich eintritt, das Gefühl, ich kann das handeln, ich kann mich verteidigen und nicht, oh Gott, hoffentlich ziele ich richtig, sondern wirklich, ich kann es. Ja, genau. Die Armbrüste sind natürlich für die kräftigeren Leute sehr gut, weil die natürlich eine tolle Wirkung haben und auch schnelle Schussfolge erlauben und weil sie eben auch sehr kompakt sind. Also von daher, ja, jetzt habe ich dir mal so einen kompletten Abriss gegeben, so wie ich das machen würde, Verteidigung mit Fernwaffen. Ich persönlich würde, also ich empfehle, den One-Two-Punch zur Selbstverteidigung, gerade in der Fußgängerzone. Ich würde zuerst mit der Pfefferpistole vier Salven Richtung Gesicht feuern und dann mit der Klappmachete finishen. Das wäre meine Empfehlung. Ich hoffe, du hast was gelernt heute. Definitiv, ja. Also wir hatten ja davor auch den großen Test der Macheten und der Jörg hat mir dann auch erklärt, dass diese Macheten für die nahe Verteidigung eigentlich nicht geeignet sind, weil es ist ja immer besser, wenn man den Angreifer davor schon außer Gefecht setzt, bevor er überhaupt in geringere Distanz zu mir kommt, weil dann kann er mir wirklich auch schaden. Also ich will das einfach sagen, wenn der nah genug ist, dass ich ihn mit meiner Machete erreichen kann, dann kann er mich auch erreichen. Das ist in vielen Fällen schon zu nah, finde ich. Finde ich auch. Kann man natürlich machen und es ist deutlich besser als gar nichts. Aber ich bin eigentlich der Meinung, wenn ich mich entschlossen habe, mich zu Hause oder auch woanders selbst zu verteidigen, dann brauche ich ja nicht Distanz. Ist einfach so. Dann vielen Dank für das sehr informationsreiche Video mit dir. Hat mir Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen geheult war. Hauptsache man kann drüber lachen. Ja, ich hoffe ihr konntet auch was lernen und euch hat das Video auch. Ich habe gelernt, dass ihr alle zusammen komplette Psychopathen seid und dass in meinem Deutschland solche Menschen hinter Gittern sitzen würden. Das habe ich gelernt. Mein Deutschland. Oh, den. in a blazing pot. Oh, you ever did.